Das ist Moly Moly Ihr esst mir aus der Hand, so wie es aussieht Jo Leute, bevor das Video anfängt, noch kurz eine kleine Ansage Das Ganze mit dem, dass ich gehackt wurde Oder so Wenn ihr es noch nicht erfahren habt Das ist alles nur ein Fake Also das hat Subways und Rich Haben das organisiert Also das ist nur ein Fake Also nicht wundern, dass ich wieder ein Video hochlade Ich wurde nicht gehackt und die anderen wurden auch alle nicht gehackt Ja, nur mal zur Info, damit ihr nicht alle deckt Ich wäre noch gehackt Ja, dann viel Spaß mit dem Video Hallo und herzlich willkommen So in der Folge letztendlich auf dem Gompost-Server Mit dem Ghost Ja Ja, hallo auch von mir Also wir spielen dieses Mal auf dem Gompost-Server Auf meinen Zuschauern Weil er mir auch mal kauft gegeben hat Du brauchst dich etwa unten lang Okay Wir sind doch Und was ist das Kommen der Kleinen? Das ist ja nicht so Ja, das ist ja nicht so das ist man muss Schwerpunkt um ein YouTube-Kanal machen also ihr könnt doch gerne mal bei Legend vorbeischauen äh warte ich schreibe auf meinen Kanal okay das Step dabei passt sogar noch Reck, Mund zu Hacker ich glaub er hat's schon erkannt oder? Er besagt bis mal mit sexten ел ich bin wenn ich nur mit seiner Achtung ein Eckler der German der German und Junge warum in diesem Standard drüber auf als ob als ob mein Cousin hier in der Kunde drin ist das ist mein Cousin ja der ist hier gerade drinnen ja was für ein Zufall Alter ich schicke ihm das Video mal oder zeig ihm das mal German Geil, ich muss es Alter ich bin gerade so scheiße ich muss mir gerade alles neu beinden weil ich hier dieses scheiß äh Fake-Versionen habe so Skafford ich hatte und meint er ist immer noch bei mir bewusst werden Prozent Y jetzt geht's Alter es wäre richtig scheiße gerade Schade dass der Klein kein Teams-Modul hat sonst könnte ich er hat das zacken Teams einmal also muss es alles mit Trend-App machen ja klar aber Teams-Modul macht das halt automatisch ne ja du bist lächerlich du schickst mir den Klein alles klar auch gar nicht auffällig bist du gestorben das ist der letzte Typ ja wir haben gewonnen ok ja das wars schon von der ersten Runde wir sehen uns dann gleich bei noch einer Runde wieder bis gleich ja Leute wir sind zurück in der zweiten Runde ähm die Runde hat schon angefangen weil bei mir gerade das Telefon geklingelt hat ähm ich glaube die Mäste ich habe die Mäste schon in der letzten Falle den Buttfuck hast du da ja der läuft vorher bei dem Kai vor allem AAC hat ja auch gar nichts dagegen da weiß ich nicht machst du gerade die Betten alle? ich habe gerade jemanden getötet um es zu wissen das ist mir noch interessiert ok ok ich geh dann auch mal los äh grün hast du schon? ja ok dann geh ich mal zu ich bin einfach gut warte wie wenige Teams gibt's denn hier bitte? keine Ahnung blau gibt's auch noch nur nur noch einen toll sind einfach so legit das ist so krass ich mach mal Badfuckern Badbreaker äh blau ist wo ist denn blau? egal ich kenn einfach mal in die Mitte ja mich fackt's schon ab wenn ich den Quills gegen keinen chest Lila hab so bin ich an Hex gewöhnt ja haha kenn ich ähm alter hier ist richtig viel Gold geil oh Jumma oh hä ich brauch grad mich weiter ohne es so ist mhm soll ich mir erstmal eine Quip holen? ich wollt mir glaube ich mal ein paar Sachen doch ich eigentlich nicht weil mit dem Jungen der Team braucht es noch richtig gut rüber so fast bilden fast bilden richtig gut sogar hab so recht kein Kleider zum fast bilden packen Hilfe Hilfe nein stoppst du? oh ich hab's geschafft ich hab's mit vielleicht geschafft ok was ist mein Gold du bist ach da hast du irgendwie laufsprecher an weil ich hör mich irgendwie doppelt manchmal ja ähm ich hab keinen Lotsprecher nicht mehr Leute ich hab wieder gar nichts gemacht ey richtig dumm ok nächste Runde gehe ich mir ein bisschen schneller vor weil ich noch nicht so viel quip gut ich schreib's erstmal falsch ok ja dann äh bis zur nächste Runde ciao ja Leute wir sind in der dritten Runde also und diese Runde möchte ich mal ein bisschen mehr machen und nicht nur du bist bei mir unsichtbar du bist bei mir auch noch unsichtbar glaube ich jetzt nochmal ah jetzt bis jetzt jetzt sehe ich dich du kannst dein eigenes Bild nicht stören du bist ja auch ein Geist oh der war jetzt nicht lustig ja ja richtig sehr lustig ja ok der war schreißen ich geh auch mal in die Mitte lass mal durchwaschen und so ein Klang ist Gott ich geh durch ok die meine, der will unser Bett holen äh ich will mich was selber so etwas Polen aber ich soll trotzdem irgendwie Polen was? ja ich bin gestorben ne ich hab nicht hä jetzt auch ich hol mir mein Schwert ich glaub als ob du das Bett nicht bekommst oder der Schwer und es war richtig Schwersthalter ich hab das Ding probiert abzubauen Herr Junge jetzt auch nicht hin die Kilo hat das hat das hat das hat das hat aber ich hab ihn aber ich hab ihn ich hab mal das Eisen geholt ja das ist getötet oh oh la pen nein das ist das Kommenkaufsystem ne n du spielst ja auch normalerweise auf Revi oder ja so letztens hab ich früher immer auf Revi gespielt kommt schon wieder so ein scheiß Typ so und so aber heute hat er noch kommen und abgeworfen ich habe ihn jemand hier noch mal zu diesem scheiß Team das gilt hat und schon so viel Geld für uns über einen Schwer zum Zweck den Arm der ich kann den Block nicht abbauen ich auch nicht so zu tun ist das liegt am Bauernburg glaube ich wollen wird es nicht an aber es warte hast du Autos zu bauen ja doch hab ich dann mach das mal aus ich geh mal kurz weg äh Autos hab ich gar nicht an ja ich hab mein hä dein Eisenschild ist grad weg er wird irgendwie probier's nochmal jetzt er hat die Seite gestorben ich muss weg alt macht es tut ihr einfach als ob man die Jugendliche so in sie es wird sind da ist einfach an der Brücke weil der probiert schon die ganze Zeit er ist kaputt zu machen wir können nicht nur ist worden mehr gehen machte mal ich nicht wo man es wird Prozent und es wird gewünscht die Wettbewerke erst ausmachen wenn man krasse Spitzhacken wir leben noch grün ich gehe mal zu können ich auch Alter, wir sind einfach bei dir Du hast gar folgen Oh Gott, mir macht so viel Spaß zu wecken, Alter, das ist schwer Achtung, der hat den Boden immer schwer Übergeht zu uns, sei laut Meinke, mein Kill Nein Das ist meiner Das war dein Kill Okay, warte mal Ich glaub das war auch schon Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Schaut auf jeden Fall bei dem Legend vorbei Wenn wir auch mit dem Game Ease überwechseln Das ist ein anderer Ja genau, schaut auf jeden Fall bei ihm vorbei Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder Ciao